Herzlich Willkommen bei S1-Transv-TV. Wir sehen gerade, wie ein Spannkabel in die Spannbetonbrücke für Gleis 2 eingelegt wird. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Das war's für heute. und k 27 keilfuss hat die schalung komplett sehen wir mal gespannt wann betoniert wird und 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 Das war's. danke fürs zuschauen und bis zum nächsten mal